Hallo und herzlich willkommen zu RessourcenFM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Heute zur Folge Nr. 27 am 29.12.2021 live vom RC3 Nowhere oder Nowhere, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Mein Name ist Martin Hillenbrand und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sitzt hier mit im Stream nicht die Bianca, sondern ich habe heute erneut den Justin mitgebracht. Justin, schön, dass du hier bist. Dankeschön, hallo Martin. Nachdem wir es gestern ja schon mit Club of Nerds haben krachen lassen in der Podcastaufnahme, bist du heute erneut dabei. Bibi fällt leider aus gesundheitlichen Gründen aus und ist hier heute eben nicht dabei, aber ich habe ja einen sehr guten, nicht Ersatz, aber guten Podcasting-Partner hier mit dir gefunden. Und ja, für die von euch, die gerade zuhören und nicht wissen, was der RC3 ist, das ist der jährliche Kongress, der vom Chaos Computer Club angeboten wird, nennt sich Chaos Communication Kongress, findet normalerweise vor Ort statt, findet jetzt eben wegen Corona in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren remote statt, deswegen RC3. Ja, Justin, wir hatten das letzte Mal ja auch schon eine Folge zusammen aufgezeichnet für Ressourcen FM zum Thema Lithium. Da wird es auch eine zweite Folge geben, die wir dann aber zu einer anderen Zeit aufnehmen. Heute soll es erstmal um einen groben Jahresrückblick gehen. Wir werden uns ein bisschen den Gasmarkt anschauen und ansonsten einfach mal schauen, wo uns die Episode heute hintreibt. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, wenn ihr euch hier reinwählen wollt, wenn ihr uns anrufen wollt, dann gibt es eine Live-Telefonnummer. Ihr könnt entweder, also es gibt einen Chat und es gibt eine Live-Telefonnummer. Genau, ja. Ihr könnt euch einwählen über das Eventphone, über die 7883, oder aber ihr könnt euch einwählen über das Telefon mit der plus49-221-59619-097883. Nochmal zum Mitschreiben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich lese es, glaube ich, nochmal vor, das ist die plus49-221-59619-097883. Könnt ihr gerne anrufen und dann nehmen wir euch hier rein und dann könnt ihr auch zum ersten Mal direkt live eure Fragen stellen. Ruft gerne an. Zum Chat kommt ihr übrigens über den Stream einfach, da müsst ihr mal gucken, da gibt es irgendwo einen Button und dann kommt ihr über einen Irk hier in den Chat rein und dann könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen. Die greifen wir dann gerne auf. Ja, Justin, nachdem es jetzt etwas spontaner war, dass du eingesprungen bist, zu den Themen heute. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen so ein bisschen einen Abriss machen, was ist im letzten Jahr passiert. Wo stehen wir denn jetzt aus der Ressourcen- und rohstofftechnischen Sicht? So ein paar Kernfakten zu Deutschland sind, ja, was man vielleicht nicht denkt. Also für mich war es überraschend, das nochmal zu hören, Deutschland ist der fünftgrößte Rohstoffverbraucher weltweit. Was für so ein kleines Land mit nicht so vielen Einwohnern dann doch relativ viel ist, ist natürlich vor allen Dingen durch die Automobilindustrie getrieben. In welcher Größenordnung? Also reden wir da jetzt über Tonnen oder Volumen oder über Geldwert oder um was geht es da? Geht um Tonnen. Und zwar, wenn man das mal, also das bedeutet konkret, dass Deutschland 69 Millionen Tonnen Metallerze gebraucht, also verbraucht oder gebraucht, was relativ viel ist und das sind eben, damit ist Deutschland eben der fünfgrößte Verbraucher. Ja, da gibt es noch die am USA und China, die sind davor, aber dafür, dass wir räumlich doch so ein kleines Land sind, ist es viel. Liegt halt vor allen Dingen an der Automobilindustrie und eben an viel, was bei uns passiert, was wir an Rohstoffen importieren und dann an Produkten wieder exportieren. Das ist so, dass indirekt damit 700 Millionen Tonnen Rohstoffe verbraucht werden, also 69 Millionen Tonnen an Metallerzen. Da gibt es ja noch andere Sachen, Erdöl und Co. Und deswegen eben 700 Millionen Tonnen an Rohstoffen insgesamt. 99 Prozent von den bergbaulich gewonnenen Rohstoffen werden importiert. Und ich sage jetzt hier bewusst bergbaulich, weil natürlich Recycling da ja auch mit rein zählt und das wird natürlich dann in Deutschland vor allen Dingen gemacht, wenn wir halt hier Abfälle haben, die hier anfallen oder zumindest in Europa. Teilweise gibt es das aber auch, dass wir das dann irgendwie nach China schippern, dann wird das dort recycelt, also zum Beispiel Waldpapier war das lange Zeit der Fall und dann kam das Ganze wieder zurück nach Deutschland. Da gibt es ein sehr gutes Video dazu, das mir bei der Recherche so im Vorfeld aufgefallen ist. Und zwar von der Johanna Südow von Germanwatch. Die hat hier auf der Cardus Debate 24 da einen Vortrag gehalten zur aktuellen Lage und in welchen Projekten sie da so eingebunden ist. Könnt ihr euch übrigens auch hier über den media.ccc.de anschauen. Natürlich nach dem Stream hier jetzt dann. Und könnt da mal reinschauen. Wir packen es ansonsten auch in die Shownotes, wenn ihr diese Episode hier anschließend anhört. So, was ich aber auch relevant und interessant finde, ist das Thema Klimawandel. Und da ist natürlich nur oder vor allen Dingen der weltweite Blick drauf sinnvoll. Ich habe mal so ein paar Kernfakten rausgeschrieben. So zum Jahresende darf man da ja auch mal draufschauen und sich ein bisschen die Laune vermiesen lassen. 2010 hatten, also es gibt ja dieses Ziel mit den 1,5 Grad oder 2 Grad, wo wir sagen, darauf wollen wir die globale Erwärmung, ja, darüber wollen wir nicht hinausgehen. Das ist basierend auf dem vorindustriellen Maß, ja. Ja, 1,5 Grad, wo sind wir denn da? Ja, 2010 waren wir hier bei 0,88 Grad, die wir davon schon depleted oder erreicht hatten. Das heißt, da hätten wir dann noch ein bisschen Spielraum gehabt. Ab 2020 waren es jetzt 1,2 Grad. Da ist der Abstand zu den 1,5 Grad nicht mehr so massiv hoch, insbesondere weil man da ja noch ein bisschen Ungenauigkeit hat von ein paar Grad-Teilen. Und wenn man das mal so Pi mal Daumen rechnet, dann hatten wir jetzt 0,3, 0,32 Grad Erwärmung über die letzten zehn Jahre. Das heißt, wenn wir 1,5 Grad halten wollen, dann ist das nicht mehr so viel Zeit, ja. Also geht davon aus, sieben Jahre oder so haben wir noch, was nicht viel ist. Wir haben jetzt auch eine neue Regierung. Ah, Justin, ja. Also das sind jetzt alles sehr düstere Zahlen. Ich würde allerdings da gerne auch noch was sehr Positives zu genau diesen Szenarien auch berichten, was gerne noch häufig verwendet wird. Bei so manchen Medien ist das Szenario RS 8.5, glaube ich. Das ist ein Szenario, was man in den allerersten Projektionen gesehen hat, wo die Emissionen noch stärker ansteigen und man irgendwie 6 Grad Erwärmung oder so ein Horrorszenario 8,5 Grad Erwärmung oder so hat. Und dieses Szenario ist inzwischen eigentlich völlig, also nicht mal unter den schlimmsten Vorstellungen, die man sich vorstellen kann, noch machbar, weil dieses Szenario beinhaltet. Also auch da Hinweis, wenn ihr diese Daten seht, schaut euch nach, schaut euch an, welches Szenario wurde verwendet. Von den verschiedenen Szenarien, die es da in der Regel gibt und dieses Schlimmste ist inzwischen eigentlich nicht mehr relevant, weil dieses Szenario bedeuten würde, dass wir jetzt von heute auf morgen sämtliche existierenden erneuerbaren Energiequellen abschalten, abreißen und ausschließlich nur noch erhöht Kohle, Gas und Öl verbrennen und quasi so das Schlimmste tun können, was wir tun können. Und je nachdem, wie schnell der Ausbau der erneuerbaren Energien vonstatten geht, ist eine andere Diskussion und eine andere Geschichte, aber dass sie zurückgebaut werden oder gar abgeschafft werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. Und dieses Szenario basiert eigentlich auf diesen Annahmen. Also was man, glaube ich, nicht vergessen sollte, ist, dass in den letzten 10 Jahren genau dieses Szenario und auch die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, massiv reduziert worden ist. Und dass auch der Wahrscheinlichkeitskorridor eher Richtung zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius gekommen ist, vielleicht etwas drüber, aber nicht mehr in dem höher 5 oder so in diesen wirklichen Horrorszenarien. Das heißt, wir sind zwar noch nicht da, wo wir hin müssen, aber der Trend und auch der ökonomisch untermauerte Trend, insbesondere im Energiesektor, sieht man das sehr stark, wo heute schon erneuerbare Energien in den meisten Ländern sogar die günstigste Energiequelle sind, wenn man über neue Erzeugungsanlagen spricht, dass da der Trend bisher in die Richtung geht. Und wenn du halt einen Marktpreis annimmst. Also man muss ja sehen, in Deutschland, wenn wir hier Energie ausbauen, dann hat das begrenzt, was mit dem Markt zu tun. Wenn ich Kohle und Atom subventioniere, dann lohnt sich das Ganze halt. Wenn ich es nicht subventioniere, dann lohnt sich es halt auf einmal nicht mehr. Ja, oder wenn ich denen halt irgendwie Erleichterung mache, dass die halt überall Tagebau betreiben können, ohne dass sie dafür irgendwie, ja, also sie müssen da schon Geld dafür zahlen, aber halt nicht vergleichbar. Ich habe da eine nette Anekdote dazu. Wir haben, also da auch der Disclaimer, ich bin involviert in einem Energiespeicher-Startup, dementsprechend hier ein potenzieller Konflikt of Interest, wenn ich nicht besonders positiv gestimmt bin gegenüber Energiequellen der fossilen Natur. Wir haben uns verschrieben, dass wir ein 100% Erneuerbarer ermöglichen und dafür brauchen wir eben Stromspeicher, von daher mein Hintergrund da. Wir waren kürzlich bei unserem Pilotkunden und der hat uns erzählt, dass, der hat das erste kommerziell betriebene Windrad Deutschlands aufgestellt und der hat uns erzählt, dass er jetzt bei einem der Windräder, die er hat, eine Bankbürgschaft hinterlegen musste mit echtem Bankcash, also wirklich nicht nur einfach ein Investitions- oder ein Gegenwert, ein Anlagengut irgendwo nachweisen, sondern er musste echtes Geld bei der Bank auf ein Treuhandskonto legen, um sicherzustellen, dass dieses Windrad auch abgebaut wird in der Zukunft. Und das Geld ist jetzt quasi einfach, das ist nicht in seinem Zugriff, das ist jetzt in diesem Konto und das ist quasi die Sicherheit, die er hinterlegen musste. Und es gibt eigentlich, soweit ich weiß, keine andere Industrie, die eine Sicherheit in Form eines echten Cash ist und liquide ist, der hat genügend Anlagegüter, also in Form von echtem Cash bei der Bank hinterlegen muss, damit ein Windrad zurückgebaut wird. Also ich finde, das ist dann schon sehr, hat schon sehr ein Geschmäckle, wenn ich mir dann anschaue, wie stattdessen mit anderen Energiequellen, Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken da teilweise diese Sicherheiten nur begrenzt, vor allem nicht in Cash, sichergestellt werden mussten. Sollen sie mal bei Atom auch machen, fände ich lustig, wenn sie da mal Cash vorhalten müssen, um das zurückzubauen und entzulagern. Naja, gibt's ja sogar, gibt's ja sogar. Es gibt ja eine Gesellschaft, die gegründet wurde, das ist sozusagen die Bad Bank, da hat man ein bisschen Kohle gegeben und dann sollen die das damit machen. Und wenn die halt pleite ist, dann ist sie halt pleite, ja. Dann müssen sie halt, naja. Dann zahlen halt wir als Bürger, wie das immer so läuft. Ja, dann ist das halt so, ja. Ja, also unabhängig davon, muss ja nix Disclaimer, ich arbeite ja im Finanzbereich und hab damit deswegen nicht so viel zu tun, aber trotzdem sehe ich das halt irgendwie relativ kritisch und ich glaube, viele, die hier auch zuhören, sehen das kritisch. Ich meine, es gibt ja mittlerweile diese ganzen For-Future-Bewegungen und die Extinction Rebellion-Bewegungen, die da ja auch ihre Gründe haben. So, ich habe jetzt aber mal gehört, dass ab drei Grad aufwärts, ja, einfach das Risiko steigt, dass wir als Menschheit, als Spezies aussterben. Ich meine, das ist bei drei Grad noch, immer noch weiterhin relativ, ja, nicht krass hoch, aber da fängt das dann halt an, anzusteigen, ja. Vielleicht ein bisschen klarer habe ich auch mal nochmal rausgeschrieben. So, was passiert denn ab wie viel Grad? Weil das war mir jetzt zum Beispiel nicht eingängig, ja. Ab 1,5 Grad haben wir zum Beispiel eine Verdoppelung der Hitzetage im Jahr. Das heißt dann für Deutschland gesehen, wir haben im Durchschnitt sieben mehr Hitzetage. Bei zwei Grad ist es sogar schon eine Vervierfachung, also plus 20 Tage. Starkregenfälle um 17 Prozent bei 1,5 Grad erhöht. Dann Menschen, die weltweit an Masserknappheit zusätzlich leiden, wären es 771 Millionen, was schon nicht wenig ist. Ja, Malaria-Gebiete würden um 10 Prozent zunehmen, Waldbrandfläche im Mittelmeerraum würde um 41 Prozent zunehmen. Und Insektenarten, deren Lebensraum sich mindestens halbiert, wären 6 Prozent, also zusätzlich. Und ja, der Verlust der tropischen Korallenriffe würde um 70 bis 90 Prozent zunehmen, bei 1,5 Grad. Bei 2 Grad sind wir bei den Korallenriffen schon bei einer Vernichtung von 99 Prozent, bei den Insekten bei 18 Prozent und so weiter und so fort. Also, das wird alles nicht so lustig, wenn wir die 2 Grad nicht mal halten, wonach es ja gerade ausschaut. Also, du hast zwar gesagt, ja, wir haben das nach oben hin gedeckelt, aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir ja irgendwo bei den 3 Grad, wenn wir da jetzt nicht nochmal ein bisschen aufs Gas treten. Aber, werden wir ja sehen. Fun Fact, wir haben ja eine neue Bundesregierung, die hat ja auch ihre Pläne veröffentlicht, was sie alles so vorhaben. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, naja, nachdem wir die letzten Jahre als Deutschland einfach massiv das Ganze verschlafen haben, haben die jetzt mittlerweile zwar das Ganze, ja, strenger gemacht und die wurden dafür auch gefeiert, dass sie eben hier strengere Vorhaben haben und sich da einen Koalitionsvertrag geschrieben haben, der schon auch sehr ambitioniert ist. Trotzdem halten sie aber weder ihr eigenes Gesetzesziel noch das 1,5-Grad-Ziel ein. Das muss man halt dazu auch sehen. Da sind wir einfach mittlerweile zu spät dran, zumindest zu spät dran, als dass eine Regierung oder politische Parteien das aktuell als sozialverträglich ansehen. Also, was ich echt spannend finde, ist halt die ganze Diskussion auch dazu negativer Emissionen, weil da ist für mich immer so die Frage, wie finanzieren wir die? Also, wenn ich CO2 wirklich Direct Air Capture oder CO2 Capture wirklich spreche, da gibt es inzwischen auch Technologien, die funktionieren. Also, ich rede jetzt nicht davon, dass ich immer bei einem Kohlekraftwerk hinten am Aus, beim Kamin direkt das CO2 erhöhte Luft daraus filter, sondern wirklich auf der grünen Wiese, in Anführungsstrichen. Die Kosten da pro Tonne CO2 sind aber irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro häufig noch pro Tonne. Das ist noch nicht in keinster Weise irgendwie wettbewerbsfähig. Aber wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen und diese Technologien subventionieren, dann können wir halt auch in eine Position kommen, wo wir mit enorm günstiger Energie, die wir haben, überneuerbare, den Rohstoff… Noch nicht, aber haben könnten irgendwann, ja. Die haben wir schon. Naja, aber guck mal, wir kriegen es ja jetzt noch nicht mal hin, unsere Wirtschaft zu elektrifizieren. Da haben wir jetzt ja schon massive Probleme. Naja, also, es ist jetzt die Frage, von wem sprechen wir, wenn wir von wir sprechen? Sprechen wir von Deutschland oder sprechen wir von der Welt? Wir haben in Deutschland je nach Uhrzeit sehr günstige Strompreise. Und je nach Uhrzeit sehr hohe Strompreise. Also vor allem die letzten drei Wochen waren an der Strombörse eine ziemliche Achterbahnfahrt von 70 Euro bis 400, 500 Euro pro Kilowattstunde. Also für den Haushaltspreis, da kommt nochmal in der Regel 60 Prozent obendrauf oder mehr. Aber das wären dann irgendwas zwischen 7 Cent und 40 Cent an der Börse, da kann man sich vorstellen. Und da kommen dann nochmal die Gebühren dazu. Dann reden wir über 80, 90 Cent pro Kilowattstunde, üblicher Preis heutzutage. Bei vielen, glaube ich, ist es noch so 14 Cent oder vielleicht 18 Cent oder so. Also, das ist sehr spannend. Und ich meine, der Atmosphäre ist es an der Stelle egal, wann ich da jetzt das CO2 entnehme, ob ich das nachts um 2 mache oder mittags um 12. Was ich sagen will ist, ich glaube, es wird dann spannend, wenn wir eine Verwendung für CO2 gefunden haben. Also, wenn ich auf einmal CO2 als wertvolles Gut in seiner reinen Form, als Gas, als Gut, als Edukt, als Eingangsstoff für Prozesse verwenden kann, weil dann habe ich auf einmal einen Wert, dann habe ich eine Nachfrage und dann habe ich auf einmal diesen klassischen Selbstläufer-Effekt, der manchmal eben auch sehr schädlich ist in der Wirtschaft, dass ich eine Nachfrage habe, die schafft sich dann auch ihr Angebot. Kleiner Funfact an der Stelle, das war ja schon der Fall. Und zwar wurde das CO2 knapp für die Getränkeindustrie. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, aber insbesondere in Großbritannien gab es da Probleme, dass hier die Unternehmen, die so Sprudelgetränke machen, vor allen Dingen Bier und sowas, dass die mega die Probleme hatten, ihr CO2 beizubekommen, weil die halt durch den Brexit, glaube ich, da einfach Lieferschwierigkeiten hatten. Funfact dabei auch, weil CO2 da anscheinend beim Kollen von Hühnern oder so verwendet wird, hat das auch zu massiven Einschränkungen in der Fähigkeit, entsprechende Schlachthöfe zu betreiben in Großbritannien geführt, was dazu geführt hat, dass die dann Tiere nach Europa exportiert haben, weil sie nur hier ordnungsgeblich geschlachtet werden konnten, weil ihnen CO2 gefehlt hat. Wofür brauchen die da eigentlich CO2? Wird mich auch mal interessieren. Muss ich mal vielleicht eine Folge zu Hühnchenschlegel machen, ja. Ja, was hat man denn noch dieses Jahr, wenn wir über Strompreise reden? Ja, das hat man so mitbekommen, aber was man ja vor allen Dingen mitbekommen hat, war das große Drama um die Gaspreise, das ja vor ein paar Wochen und Monaten war, wo alle geschrien haben, die bösen Russen zapfen uns das Gas ab und wollen uns nicht versorgen und wollen wir das im Winter frieren. So, ja, das kann man sich jetzt natürlich angucken und wer Fefe gelesen hat, der hat ja auch ein bisschen mitbekommen, wie da so seine Meinung oder die Meinungen waren, die ihm zugegangen sind, was ja auch schon ganz interessant war. Jetzt kann man das natürlich auch noch mal ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen, ja. Wir hatten dieses Jahr hohe Gaspreise laut vielen Quellen, wenn ich mir die Gaspreise selber mal anschaue. Ja, ist schon hoch, aber jetzt nicht so, dass es sich verdoppelt hätte oder sowas, ja. Also jetzt nicht wenig, aber naja. Dann weiß ich nicht, Moment, welche Daten schaust du dir da an, weil die Sachen, die ich gesehen habe, sind in Europa, haben wir irgendwie 200 Prozent des letztjährigen Preises in Deutschland. Dann habe ich vielleicht einfach veraltete Daten, das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt bei der Bundesnetzagentur mir den Monitoring-Bericht Energie 2021 angeschaut und da war das Ganze jetzt überschaubar, ja. Aber ich beziehe mich jetzt auf Preise von vor einer Woche oder so. Also ich weiß nicht, ob die in dem Bericht schon drin sind, weil jetzt kurz vor Weihnachten ist das dann mal richtig hochgegangen. Okay, ja gut. Das mag ein Spotpreis sein, also. Ja, genau, ja. Ist dann auch die Frage, inwieweit sich das dann auf die Kunden am Ende durchschlägt oder ob das zwischendrin eben aufgefangen wird, ja. Für die Kunden, das haben wir ja dieses Jahr schon gesehen, gab es dann Kündigungen der Verträge, Insolvenzen der Gasversorger und eine Nicht-Neuaufnahme von neuen Kunden. Also man konnte dann nur noch in der Grundversorgung bleiben, aber es hat einen kein einziger Gasversorger mehr angenommen, weil die Preise so unklar sind, dass sie ihre Modelle auch erst anpassen müssen und davor zahlt man sich dann dumm und dämlich. Ja, auf jeden Fall. Und was hier in dem Kontext, weswegen ich ja vorhin reingekretscht bin, so ein bisschen mit hier Marktpreis und Strompreis und so, das hast du im Gasmarkt natürlich auch. Ich habe das mal hier eine Quelle rausgesucht, wie viele Subventionen denn in Amerika zum Beispiel in den Gasmarkt laufen und das sind halt 20 Milliarden pro Jahr, was halt dann schon auch meine Ansage ist. Ja, aber muss man dazu sagen, nicht nur Gas, sondern Öl und Gasproduktion, ja. Aber wenn du halt da so ein massiv subventioniertes altes Geschäftsfeld hast, ja, bei Photovoltaik und sowas, da lasse ich ja noch mit mir reden, weil das halt einfach Anschubfinanzierungen sind, damit das hier von den Kosten runtergehen kann. Bei Öl und Gas könnte man schon mal drüber nachdenken, die Subvention zurückzufahren. Aber da hängen halt auch wieder Arbeitsplätze dran und so weiter und so fort und das ist halt immer schwierig, ja. Gut, aber schauen wir uns doch einfach mal den Gasmarkt in Europa an. Und zwar hier gibt es ganz viele interessante Fakten, ja. Zu Nord Stream 2 und sowas, was für Deutschland dann sehr relevant ist, kommen wir später nochmal, aber ich will einfach mal im Süden anfangen. Und zwar, ja, Spanien und Italien, die kriegen jetzt eher weniger Gas von Russland, so wie das Deutschland bezieht, sondern die kriegen das jetzt vor allen Dingen aus Nordafrika, also insbesondere hier Algerien, Libyen und sowas. Algerien und Libyen decken 60 Prozent des Gasbedarfs für die südeuropäischen Länder ab, also vor allen Dingen Italien, Spanien, Frankreich und sowas. Und da gibt es einige Pipelines, die eben zwischen Nordafrika rübergehen nach Südeuropa. Und was ich total spannend fand bei der Recherche ist, ich bin hier auf Dokumente gestoßen, die wohl mal durch ein Wikileaks-Leak oder durch Wikileaks eben zur Verfügung gestellt wurden. Und zwar gibt es hier eine Liste der Critical Foreign Dependencies Initiative. Critical Foreign Dependencies Initiative. Dependencies Initiatives, ja, genau. Ja, hast recht. Das ist eine Liste der Amerikaner, also der US-Regierung, wo sie eben so Infrastruktur weltweit einträgt, die sie eben für sich als strategisch wichtig achten. Und hier sind auch einige der Gaspipelines eingetragen, die eben Gas von Nordafrika nach Südeuropa führen. Da ist auch eine Gaspipeline dabei, die im November offline gegangen ist. Und zwar ist das die Magreb Europe Gaspipeline, die von Algerien startet, über Marokko geht und rüber nach Spanien geht. Jetzt ist es aber so, dass Algerien und Marokko, insbesondere wegen der Situation in der Westsahara, wer die Phosphor-Episode angehört hat, der weiß, wovon ich spreche. Wer es nicht weiß, soll sich die einfach mal anhören. Schön selber Werbung gemacht. Also es gibt hier einfach immer wieder Spannung. Das ist der Moment für das Drumroll. Ja, 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 genau. Sehr schön. Soundboard ist eingebunden. Ja, und da ist es einfach so, dass die sich nicht so gut leiden können. Schon immer wieder gab es mal Phasen, wo es ein bisschen besser war. Da wurde dann diese Pipeline gebaut. Ein paar Jahre später war es dann wieder schlechter. Und die haben auf jeden Fall die diplomatischen Beziehungen, soweit ich weiß, sogar abgebrochen. Weil eben Algerien hier Marokko, ja, ganz, ganz viele Sachen vorwirft. Zum Beispiel, dass sie Waldbrände irgendwie initiiert hätten und so weiter und so fort. Und für Marokko ist es eigentlich relativ wichtig, dass diese Pipeline läuft, weil die sowohl selber daraus Gas beziehen, als auch darüber dann halt einfach Einkommen haben. Und das fällt jetzt alles weg, weil die eben Streit haben. Und hier deswegen der Vertrag dieser Pipeline im August hat da Algerien entschieden, den nicht weiter zu verlängern für den MGE-Betriebsvertrag. Und am 31. Oktober ist der dann ausgelaufen. Algerien hat aber Spanien zugesichert, naja, wir versorgen euch trotzdem über Gas. Und zwar durch die neu gebaute MedGas-Pipeline, die einfach direkt von Algerien einmal durchs Meer nach Spanien rüber geht. Das war die ganzen vorherigen Jahre nicht möglich, weil die einfach super tief verläuft. Also das ist halt sehr, sehr tief da, das Mittelmeer. Und deswegen ging das die ganze Zeit nicht. Jetzt ist es aber so, dass diese MedGas-Pipeline fertig ist und die dann gesagt haben, ja, wir versorgen euch einfach darüber. So, jetzt muss man sehen, die MedGas-Pipeline, die direkt durchs Meer geht, hat 8 Milliarden Kubikmeter Erdgas an Kapazität, die man durchschicken kann. Der MGE-Pipeline über Marokko hätte 12 Milliarden Kubikmeter Erdgas liefern können. Also es ist da schon ein bisschen weniger, was auf jeden Fall möglich ist und was dann auch durchgeschickt wird. Es ist jetzt so, dass es auch noch andere Pipelines gibt, zum Beispiel die Transmediterranäer Transmed über Tunesien, die dann eben rüber nach Italien geht, soweit ich das weiß. Und da gibt es auch noch die Galsi-Pipeline, die eigentlich auch ausgebaut werden sollte, die gebaut werden sollte, die geht auch nach Italien, die wurde aber nicht gebaut aus verschiedenen Gründen. Die Green Stream Pipeline, die von Libyen nach Italien geht, sollte eigentlich erweitert werden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass in Libyen die Situation eher nicht so ist, dass man da jetzt große Investitionen tätigen will, weswegen die auch nicht ausgebaut wurde. Also insgesamt hat man hier einfach das Problem, Spanien und Italien kriegen weniger Gas über diese Pipelines, als es eigentlich wünschenswert für die beiden Nationen wäre. Kann man jetzt auch wieder sagen, steigt der Gaspreis, haben wir wieder mehr Anreiz, erneuerbare zu bauen, wunderbar. Die Leute, die im Winter frieren, denen ist das erstmal wurscht. Was haben die jetzt gemacht? Als kurzer Hinweis, ihr könnt einfach mal die Suchmaschine eurer Wahl verwenden und nach Gas Pipelines Europe suchen. Da seht ihr dann die verschiedensten Pipelines, die Martin auch erwähnt hat und wie die alle zusammenhängen. Ja, ist auch sehr interessant, weil man da auch sieht, dass es eigentlich ein ganz neues Netz an Pipelines ist. Gibt es auch für Öl übrigens und für Strom. Strom ist ein bisschen komplexer, was dann ganz witzig ist, da mal zu sehen. Weil normalerweise kennt man jetzt die Straßen und das Bahnnetz noch und das war es, ja. Ja, jetzt war es die ganze Zeit eigentlich so, dass Europa immer gesagt hat, naja, wir machen jetzt hier nicht irgendwie mit Liquid, also mit Flüssiggas oder irgendwie, das machen wir alles irgendwie nicht so oder weniger. Insbesondere Deutschland hat auch immer gesagt, ja, ja, wir bauen da Pipelines und dann läuft das schon. Jetzt ist es aber so, dadurch hast du halt die Pipeline kaputt. Hintergrund, warum will man da nicht Liquid Gas, Liquid Natural Gas, genau. Hintergrund ist, dass der Hauptabsatz oder Hauptexport von Liquid Natural Gas aus den USA kommt und deren Markt oder die haben sehr günstige Preise und da gab es dann auch die Überlegungen, will man sich jetzt davon in den USA abhängig machen und deren Shale Gas, weil das sind diese, wie bei Fracking, hauptsächlich gewonnenen Gasfelder. Ja, und natürlich ist halt auch das Problem bei diesem LNG, dass es halt Preisschwankungen durch dieses Fracking unterworfen ist, ja. Fracking ist halt da sehr volatil, was die Preise angeht. Und dann ist es halt auch so die Frage, naja, das kostet halt auch Geld, ja. Du musst da irgendwie einen Transportschiff hinstellen, du musst es vorher halt alles verdichten, danach musst du es halt wieder auch expandieren. Denn das ist auch alles nicht so ohne. Du musst halt auch Infrastruktur dafür hinstellen. Und warum solltest du das tun, wenn du eh eigentlich auf Erneuerbare umstellen willst und da irgendwie schon eine fertige Pipeline liegen hast. So, war die Grundidee, sag ich mal, ja. Jetzt ist es aber so, dass halt dadurch, dass da an einigen Fronten die Gaslieferungen weggebrochen sind, aus verschiedensten Gründen, ja, jetzt Europa so ein bisschen das Problem hat, ja, wo kriegen wir denn jetzt unser Gasservice, deswegen die jetzt angefangen haben, unplanmäßig eigentlich Liquid Natural Gas einzukaufen, was halt dann natürlich den Markt unter Druck setzt, weil normalerweise halt insbesondere Asien relativ viel davon abnimmt. Und jetzt haben wir einen nächsten Effekt, da greife ich ein bisschen vor. China wird ja jetzt bald, was fandst du, irgendwelche Olympischen Spiele ausrichten, glaube ich, gell? Olympischen Winterspiele. Ja, genau. Und da gab es so die Idee, hey, wenn wir die machen, dann wollen wir ja schön saubere Himmel haben. Deswegen haben die ein paar Kohlekraftwerke abgeschaltet und dachten sich so, machen wir das mal und fahren wir mal Gas hoch, ja. Außerdem wollten sie halt auch Emissionen drosseln und so weiter und so fort, halt da CO2-Emissionen drosseln und einfach dafür sorgen, dass halt da das alles ein bisschen besser aussieht. Jetzt ist das Problem an der Stelle halt, wenn man das macht, bringt man halt sein Stromnetz ein bisschen unter Druck. Und ja, wenn die jetzt halt damit rechnen, dass sie halt da ganz viel Gas einkaufen, dann kaufen sie halt eventuell auch den Markt nicht leer, aber zumindest bringen sie ihn weiterhin unter Druck. Und irgendwie haben alle damit gerechnet, dass sie sich da versorgen können und im Endeffekt war dann weniger Angebot da als Nachfrage. Russland zum Beispiel hat das genutzt. Ja, Russland hat man ja schon vorhin besprochen. Russland liefert relativ viel Gas nach Deutschland über die Nord Stream Pipeline, die aktuell in Betrieb ist. Ihr habt noch so die Zahlen im Kopf, so Green Stream von Libyen nach Italien, 8 Milliarden Kubikmeter. Die über Marokko laufende 12 Milliarden Kubikmeter. Nord Stream liefert 55 Milliarden Kubikmeter Gas, also dezent mehr. Und mit Nord Stream 2 wird sich das Ganze nochmal verdoppeln. Also ungefähr 110 Milliarden Kubikmeter Gas, die man da liefern könnte. Das ist eine ganze Menge. Joa, jetzt ist Nord Stream 2 fertig, könnte in Betrieb gehen, aber wir haben jetzt gerade so ein bisschen, dass wir da nochmal drüber nachdenken, so hey, wir haben jetzt eine richtig teure Pipeline gebaut, die dann totale politische Spannung reinbringt. Vielleicht nehmen wir die ja doch nicht in Betrieb. Natürlich ein bisschen der Stinkefinger gegenüber den Russen, also gegenüber Gazprom, die die halt gebaut haben. Da gab es ja ganz viele Geschichten mit Kartell und so weiter und so fort. Und die USA haben natürlich auch ein eigenes Interesse. Die wollten die Pipeline nicht, weil sie halt einfach ihr Liquid Natural Gas verkaufen wollen. Natürlich auch, wie gesagt hier, dass sie das Ganze machen, weil sie ja nicht wollen, dass wir von Russland abhängig sind. Russland wäre dann ja auch von uns abhängig, also so ein bisschen die Frage. Naja, also Russland ist weniger von uns abhängig, als wir von denen, weil Russland kann relativ problemlos auch mit der neu gebauten Pipeline nach China signifikante Mengen nach China exportieren an Gas, statt sie an uns zu exportieren. Also ich glaube, da ist die Abhängigkeit inzwischen nicht mehr ganz so zweiseitig wie noch früher. Ja, also Russland hat eben durch Sibirien diese Pipeline gebaut nach China. Also die können da auch mehr jetzt nach China rüberschicken. Übrigens war das alles viel schneller und genehmigt und gebaut und in Betrieb genommen als die Nord Stream 2. Bisschen kleiner auch die Pipeline. Also da hast du schon recht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, du schaffst ja gegenseitige Interdependenzen. Und klar könnten sie dann irgendwie da umplanen und sowas, aber wenn du halt einen Kunden hast, der viel Gas abnimmt, so wie jetzt Deutschland aktuell immer, dann hältst du da ja auch schon auch Kapazitäten vor. Also du baust jetzt nicht eine doppelte oder dreifache Infrastruktur auf. Und ich glaube schon, dass wir da auch einen Hebel hätten. Der ist nicht so groß wie andersrum, aber ich hätte schon gesagt, dass da einer da ist. Ich bin jetzt kein Freund davon, Nord Stream 2 an den Start gehen zu lassen. Versteht mich da nicht falsch. Ich finde das trotzdem irgendwie echt ein bisschen frech, dass wir das überhaupt in die Wege geleitet haben. So ja, wir haben da irgendwie ein paar Länder unterwegs, die sich irgendwie absichern wollen und selber Gas wollen. Und dann sagen wir auf einmal, ja, dann bauen wir halt eine Pipeline außenrum, die halt viel teurer ist. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Kann man nochmal drüber reden. Ukraine, da gibt es halt viel Korruption und viele Probleme auch. Aber trotzdem ist das halt so ein bisschen, ja, uncool, was wir da gemacht haben. Finde ich jetzt persönlich. Ja, insbesondere wenn wir auch sagen, wir wollen umsteigen auf erneuerbare Energien und dann bauen wir da halt einfach mal eine Gaspipeline hin, die halt irgendwie gefühlt Südeuropa mit Gas versorgen kann. Ja, jetzt gibt es viele Experten, die sagen, dass insbesondere die Verzögerung bei Nord Stream 2 die Energiekrise 2021 ausgelöst haben. Ach. Ja, 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 gibt es viele, die das sagen. Moment, da kommen ein paar Sachen zusammen, auch mit der, da kommen wir dann in die Sache oder in die Geschichte der Sicherheitspolitik und in die Frage, was hat Russland vor und Russland kann halt Europa unter Druck setzen, wenn sie einfach weniger Gas liefern, weil selbst wenn Russland die Liefermengen einhält und da gibt es halt die üblichen Mindestkontrakte, die werden auch eingehalten, aber dieses On Top quasi, was dann an echten Bedarf abgefangen wird, das war halt nicht vorher abgesprochen und die Gasspeicher sind enorm, deutlich niedriger gefüllt als in üblichen Jahren zuvor. Das führt jetzt nicht zu einem Problem unmittelbar, aber es, da der Gasmarkt und der Gasmarktpreis an der Stelle diese Gasspeicher Füllstände als Signal verwendet, um einen Gaspreis zu ermitteln. Das führt dann dazu, dass der Gasmarkt oder der Gaspreis steigt, obwohl wir gar keine, also wir haben keine Gasversorgungsprobleme an der Stelle. Es ist eher die Frage, auch wenn Russland hat dazu gesagt, über eine andere Pipeline da die Liefermengen zu erhöhen, haben sie dann nicht. Also ich bin gespannt, wann da jetzt wie, wo mehr Gas kommt oder ob Russland einfach sagt, okay, wir liefern euch halt dann Gas, wir können euch gerne viel Gas liefern, aber halt nur über Nord Stream 2, wenn es darum geht. und das ist halt eigentlich so dieses aktuelle Pokern und Spielen und jetzt heißt es halt womöglich, ja dann kriegen wir halt unser Extra-Gas, was wir brauchen, halt über einen Tanker, der in Rotterdam und, ich weiß nicht, ob es in Wilhelmshaven, einen LNG-Hafen gibt, eingefahren wird. Also da muss man dazu sehen, wie du es gesagt hast, die langfristigen Verträge hat Russland erfüllt, wollten aber eben auf dem Spotmarkt weniger liefern oder haben die Preise angehoben. Im Oktober 2021, also dieses Jahres, gab es da einen Bericht von der Economist Intelligence Unit, dass Russland eben wegen einer sehr hohen Inlandsnachfrage und einer Produktion, die eh schon sehr am Limit fährt, nur begrenzte Kapazitäten befügt, um eben das zu exportieren und die erstmal ihre eigenen Läger auffüllen wollen und dann exportieren. Am 27. Oktober gab es dann eben ein Statement von Wladimir Putin, dass sie eben Gasprom anweisen, zusätzliches Erdgas in die europäischen Gasspeicher zu pumpen, sobald eben Russland seine eigenen Gasvorräte aufgefüllt hat. Und damals hat man so damit gerechnet, dass das bis zum 8. November der Fall sein sollte. Daraufhin haben dann auch die Preise direkt reagiert und sind zurückgegangen und das Ganze hat sich so ein bisschen, ja, abgenivelliert. Jetzt ist es aber so, dass am 6. November Reuters gemeldet hat, dass die Gaslieferungen, die durch den polnischen Abschnitt fließen, gestoppt wurden und dass sogar der Fluss umgekehrt wurde. Also dass Russland nicht nach Deutschland geliefert hat, sondern eigentlich Deutschland Gas über die Pipeline zurückgeliefert hat. Das war aber wohl nur eine kurze Zeit der Fall und laut der polnischen Betreibergesellschaft, die dafür verantwortlich ist, eben hier das Ganze zu überwachen, war das alles in Ordnung. Dann ist es so, dass Polen sowohl seine Inlandsnachfrage und die Gaspreise sowohl eben aus dem Osten als auch aus dem Westen bezieht. Also Gas kann nach Polen vom Osten kommen oder vom Westen. Und deswegen wäre das ganz normal und wäre hier kein Problem. Russland wurde aber vorgeworfen, dass die Gaslieferungen nach Europa eben aus den von dir genannten politischen Gründen absichtlich reduziert wurden. und da kann man jetzt ein bisschen drüber spekulieren. Insgesamt gab es einen hohen russischen Inlandsbedarf, weswegen man schon sagen kann, ja, kann Spekulation gewesen sein, aber die hatten schon auch Gründe dafür. Und am 9. November war es dann so, dass die westlichen Gasflüsse nach Deutschland wieder hergestellt wurden, also dass eben wieder Gas über die Pipeline über Polen nach Deutschland gepumpt wurde. Und hier hat der Kreml dann auch versprochen, die Gaslieferungen nach Europa wieder eben zu erhöhen, weswegen sich das Ganze auch wieder entspannt hat. So, jetzt ist es aber so, dass das nicht der einzige Faktor war, weil wir kriegen ja auch noch Gas eben aus den USA, wo wir ja gesagt haben, dass dieses Gas vor allen Dingen nach Asien gewandert ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass China eben hier angefangen hatte, Kohlekraftwerke abzuschalten. Das war jetzt natürlich nur zum Teil wegen der Emissionsreduktion, sondern was viel wichtiger ist, was ich jetzt gerade total vergessen hatte, aber jetzt zum Glück in meinen Shownotes nochmal gelesen hatte. Ja, Australien hat auch den Export eine Zeit lang eben erstmal eingestellt. was doof ist für China, weil die halt der Hauptbeziehung, also der Export aus Australien und der Import in China waren halt sehr, sehr stark. Also die Chinesen haben sehr, sehr viel von der australischen Kohle importiert und das ist da halt auch nochmal zusätzlich weggebrochen. Hatte ich jetzt gerade so ein bisschen aus dem Blick verloren. was man dann auch sehen muss. Aber das war nicht Australien, die das blockiert haben gegenüber China, sondern China hat meines Wissens im Rahmen einer politischen Retaliation gegen Australien einfach gesagt, wir importieren jetzt keine Kohle mehr aus Australien, weil wir mögen die Australier nicht mehr. Ja, genau. Ja, 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 genau. Stimme, hast recht. Hatte ich jetzt verkehrt abgelesen. Naja, auf jeden Fall, die biefen sich halt jetzt auch schon seit längerer Zeit da und dementsprechend ist das Ganze da auch ein wenig unsicher. Jetzt haben wir auch Länder wie Brasilien, die normalerweise da nicht so Probleme machen. Brasilien bezieht zwei Drittel seines Stroms aus Wasserkraft. Jetzt gab es aber in Brasilien eben eine sehr schwere Dürre, weswegen hier die Stromversorgung auch weiterhin unter Druck geraten ist, weswegen die da auch jetzt versucht haben, das aufzufangen, eben über fossile Energieträger. Die haben dadurch dann eben auch nochmal mehr aufgekauft und ja, insgesamt haben wir jetzt auch eine Verschärfung des CO2-Preises. Das hatten wir gestern ja kurz angesprochen und da hatten wir nochmal nachgeschaut. Ich hatte jetzt hier eine Info bekommen von Eurektiv, dass ja, da hatte ich es abgelesen, dass etwa ein Fünftel des Energiepreisanstiegs auf die steigenden CO2-Preise auf dem EU-Kohlenstoffmarkt zurückgeführt werden kann. Das war ein Statement von dem Europäischen Parlament, konkret von dem EU-Kommissar für Klimapolitik Franz Timmermans. Dementsprechend nicht vom Europäischen Parlament, sondern von der EU-Kommission. Ja, hast du recht. Vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, genau. Ja, nicht vom, sondern vor. Ich sollte lesen lernen, ja. Ja, jetzt ein Fünftel kann man sagen, ist überschaubar. Da gibt es noch andere Quellen, hatten wir gestern auch schon mal, sind wir drauf eingegangen, eben hier diese Unsicherheiten in der Versorgungslage, der Markt insgesamt und so weiter und so fort. Das Ganze hat jetzt aber nicht nur aus, ja? Jetzt bevor wir da jetzt reinspringen, für die, die jetzt vielleicht erst später dazugekommen sind, wir haben auch ein Hörertelefon, ein Hörerinnen-Telefon und ein Wesen-Telefon. Ihr könnt also gerne einfach reinklingeln und Fragen stellen oder auch einen Kommentar abgeben. Die Telefonnummer darüber oder dafür ist Eventphone 7883 7883 oder über das gute alte Telefonnetz über plus 49 2 2 1 5 9 6 1 9 0 9 7 8 8 3 Ich wiederhole plus 49 2 2 1 5 9 6 1 9 0 9 7 8 8 3 Korrekt. Wir freuen uns über eure Anrufe. Genau. Wir hatten hier auch gerade einen Kommentar bekommen und zwar gab es den Kommentar zum Gas wird ja auch kälter im Winter und ist besser einen Nordstrom für Gas zu haben als nicht zu haben sehe da überhaupt kein Problem. Ja, kann man so sehen ist natürlich ja wieder eine Fahrtabhängigkeit die man aufbaut wenn du eine Pipeline hinstellst und die in Betrieb nimmst also wir haben sie gebaut das muss man halt sehen der Fakt ist da das Teil ist da das verschwindet jetzt nicht wieder das ist nur ein bisschen die Frage ob wir halt auch politisch das überhaupt wollen du hast halt da also vielleicht um das einzuführen ja für Deutschland nur auf Deutschland geblickt ja klar in Betrieb nehmen haben besser als nicht haben so jetzt sind wir aber nicht alleine auf der Welt und auch was wir tun hat halt natürlich Auswirkungen auf andere Länder warum wurde Nord Stream 2 gebaut super teure Pipeline macht eigentlich total überhaupt keinen Sinn die so zu bauen wie sie gebaut wurde es gäbe viel günstigere Lösungen indem man die eben über Land baut so man hat die jetzt eben nicht über Land gebaut weil man gesagt hat ja da sind ja noch andere Länder die dann auch noch was mitzureden haben und die wollen wir ausboten insbesondere eben Polen und die Ukraine so jetzt wenn man mal drüber nachdenkt in der Krim gab es so eine Intervention ja oder man könnte es eine Annexion nennen je nachdem welchem politischen Lager man angehört ähm die haben natürlich einen Stellhebel in dem sie halt sagen ja liebe Russland hier sind auf einmal irgendwelche komischen Leute mit Maschinengewehren unterwegs die sehen aus als könnten die von euch kommen und Russland sagt äh keine Ahnung von wem die sind dann hat man einen ganz anderen Stellhebel wenn man sagt ja okay wir drehen Europa mal das Gas ab äh mal gucken wie schnell dann hier diplomatische Beziehungen genutzt werden um eben die Sache zu klären als wenn man diesen Stellhebel nicht hat und ähm in dem Moment wo wir den halt der Ukraine und Polen wegnehmen machen wir diese halt verwundbar gegenüber äh Aggressionen äh übrigens auch aus dem Westen ja also ähm die sind natürlich dann auch verwundbar darüber dass äh dann ja Länder aus dem Westen Druck ausüben und aus dem Osten also Russland und auch Europa oder eben äh die NATO äh gleichwohl deswegen haben die da wenig Interesse dran ähm kann man jetzt sagen ja Deutschland hat ein Interesse dran sich mit Gas zu versorgen Russland hat ein Interesse dran das eben ohne Probleme an uns zu liefern ja ist halt ein bisschen unfair ich verstehe das bei der Ukraine ist immer das Problem mit dieser Gasgesellschaft gewesen dass die halt relativ viele Probleme mit Korruption hatten und da halt auch immer wieder ähm eher uncoole Aktionen gebracht haben mit ja wir heben jetzt auf einmal einfach die die Steuern an und Verträge sind uns egal ähm ja trotzdem ja ist ein bisschen unglücklich was da halt passiert das finde ich jetzt persönlich deswegen finde ich das auch sinnvoll dass man das halt nochmal sich anschaut und überlegt und insbesondere halt unter dem Aspekt wir wollen erneuerbare Energie ausbauen dann macht das irgendwie nicht so viel Sinn dass wir halt die Importkapazitäten für Erdgas äh erleichtern ja das Geld das man da reinsteckt hätte man halt auch einfach ähm in den Aufbau von Erneuerbaren nutzen können oder aber in die Stärkung der Stromnetze und so weiter und so fort also wir setzen da eben auf eine alte Technologie muss man einfach so sagen ich glaube das ist der der größte Aspekt dass man da einfach eine also Gas fördert obwohl man eigentlich erneuerbare und Speicher fördern sollte und sicherheitspolitisch also kommt es irgendwann auch auf uns zu wenn halt gesamt Osteuropa dann äh unsicher oder auch sicherheitspolitisch äh in Probleme gelangt wenn da die Abhängigkeiten mit Russland sinken und dann Russland da weniger Bauchschmerzen hätte ähm was wir jetzt auch mit den Truppenansammlungen da in der östlich der Ukraine gesehen haben und so und ich meine wenn wir da jetzt nicht ähm Probleme in unserer Nachbarschaft haben wollen die ultimativ auch bei uns dann irgendwann landen gegebenenfalls sollten wir uns auch bei solchen energie wichtigen Themen Gedanken machen warum wir uns von wem wie versorgen denn wie hat eine Twitterin so schön gesagt man kann halt schlecht irgendwie intervenieren wenn man von dem Staat gegen den man intervenieren will mit seiner Energieversorgung eigentlich komplett abhängig ist das macht man nicht ja und also wenn also bei Gas muss man auch sehen wenn da halt der Hahn zu ist dann sind da vielleicht noch zwei drei Tage an Gas drin dann ist das leer und dann sind irgendwann auch die Speicher leer also nach ein paar Tagen oder Wochen ist dann halt irgendwann einfach mal Schicht im Schacht und das bringt halt einen ganz anderen Druck mit als wie wenn jetzt irgendwie China auf einmal sagt ja wir verkaufen euch keine PV-Module mehr dann sagen wir halt so ja herzlichen Glückwunsch wir haben welche auf dem Dach juckt uns erstmal die nächsten drei Jahre nicht so ganz krass so ist es jetzt auch nicht aber im Endeffekt ist das halt ein ganz anderer Hebel den man da hat und einen ganz anderen Druck den man ausüben kann es kam jetzt nochmal eine Frage beziehungsweise ein Kommentar und zwar von Jockel der hat geschrieben Frage das Spannende ist doch die Gleichzeitigkeit mit der diese Jahre dieses Jahr viel passiert ist EU Green Deal Shell in UK steigen aus Gasförderung aus viele nutzen vermehrt Gas zum Ausgleich von PV Wind CO2-Preis steigt Konjunkturpakete überall etc wie gute Marktmodelle gibt es eigentlich die so viele Variablen berücksichtigen so da kann man dazu sagen ich glaube die Corona-Pandemie hat jetzt keiner so vorher gesehen die hat ja auch da Auswirkungen gehabt die man einfach sehen muss also der gesamte Handel hat sich verändert ich wollte dazu ja eigentlich auch einen Vortrag im Anschluss hier halten hat man noch einen Zusatz es kommt noch hinzu extensive Wartung in Frankreich ja deswegen ist einer der Punkte warum der Strompreis so hoch ist weil halt Frankreich gerade sich gedacht hat das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt um 10 bis 12 Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen Atomausstieg bei uns gehen drei Atomkraftwerke glaube ich vom Netz Grundremmingen und noch ein paar andere oder mindestens eins wir haben dann noch drei glaube ich und das war es Kohleausstieg da mache ich mir jetzt eher weniger Sorgen den hätten wir auch also die Frage ist wirklich wie schnell können wir die Erneuerbaren bei uns ausbauen denn also vorletztes Jahr hatten wir schon ich glaube 48% der deutschen Stromversorgung über Erneuerbare gedeckt wir exportieren regelmäßig auch nach Frankreich Strom wenn die gerade keinen Strom haben weil ihre Atomkraftwerke ausfallen mit vor allem erneuerbaren und wie Jockel hier noch schreibt und werden viele erstmal auf H2-Ready-Gasturbinen umsteigen werden wir sehen glaube ich nicht ob das dann passiert also dass wir Wasserstoff in der Turbine verbrennen vor allen Dingen wenn es grüner Wasserstoff ist glaube ich das ist das teuerste was du machen kannst es gibt grünen Wasserstoff blauen Wasserstoff und grauen Wasserstoff und wenn du grünen Wasserstoff nimmst dann ist es fast unbezahlbar also du hast einfach keine Kapazitäten an grünen Wasserstoff da gibt es fast keine Anlagen dafür bisher ist halt einfach so keine also ich meine 0,5% so höllesteuer naja also deswegen da muss man sehen und was die Atomkraftwerke in Frankreich angeht wenn ein kalter Winter kommt dann können die auch so ausfallen also wenn die Flüsse da zufrieren das hat man auch schon mal gehabt also Atomkraft ist da auch keine sichere Technologie und da muss man dazu sagen wenn dir mal der Wind ein bisschen mehr weht dann kannst du die Windräder aus dem Strom drehen oder also da kann man ganz anders agieren weil das halt ein dezentrales Netz ist ein dezentrales Netz ist vorbereiten das haben wir die letzten Jahre in Deutschland verpennt deswegen haben wir halt die Probleme gerade dass wir die Frequenzhaltung mega Probleme haben ja ähm ja wir haben schon also wir laufen gerade schon sehr oft in die Grenzbereiche Justin also das das muss man schon sagen die Netze sind da schon also die die laufen alle noch aber ich finde das schon manchmal ein bisschen beunruhigend an welcher Kennzahl machst du das fest also wenn du die Netzfrequenz anschaust die da Kernzahl ist dann habe ich da jetzt nicht Kenntnis dass es da besonders viele äh Regelungsenergieeingriffe gegeben hätte dieses Jahr das war letztes Jahr noch anders weil letztes Jahr der Gesamtenergiebedarf um einen auf aufgrund der frischen Pandemie drastisch gesunken ist und die Netze dann damit erstmal klarkommen mussten aber dass wir jetzt massivst viele Regelungsbedarfe hätten weiß ich nicht also wenn du dem ähm wie hieß er denn der Burger ähm der Bruno ja Bruno Burger von Energy Charts äh wenn du dem ein bisschen folgst dann siehst du ja immer wieder wenn er sagt so ja wir sind hier da und da hingelaufen dorthin gelaufen also fand ich jetzt schon nicht ganz so gut aber da ging es weniger um die Stabilität der Netze sondern eher dafür darum dass wir auch niedrigere Energiepreise hätten da sieht man eine klare Korrelation wenn wir mehr Erneuerbare hätten also man kann sich in Europa anschauen die Länder mit viel Erneuerbaren haben gerade niedrigere Stromkreise die haben nämlich genügend Strom ähm und das gleiche kann man auch in Deutschland wenn man da jetzt mehr Solar und Wind ordentlich ausbaut dann ähm ja kommt man da kommt man da weiter hier kommt gerade die Frage rein von Headlunch ob man solche Daten überhaupt bekommt also in frei äh bei Energy Charts die haben die Website umgebaut die waren da mal auch als JSON vorhanden auf der Seite das war mal ein netter Hack ähm sonst einfach mal Energy Charts da kann man sie zumindest verarbeiten die geben die Daten aber nicht direkt raus weil die in der Regel von der Apex Bot das ist die europäische Strombörse oder eine der größten kommen bei der Apex Bot kann man sich aber selber die Daten als Dump runterladen in kostenlos ob sie dann frei sind dass man mit dem machen darf was man will bin ich mir gerade nicht sicher aber zumindest kann man sie sich kostenlos runterladen ja du hast auch noch Netz äh Netzfrequenz.info äh da wird das Ganze immer ein bisschen geplottet und dargestellt und da kannst du auch mal gucken und da gab es irgendwie ähm ich weiß nicht mal irgendwas mit einer Endung .info hinten also nochmal irgendwie was ähm und da kannst du es dann auch äh relativ einfach runterscrappen also ich weiß nicht ob du es darfst aber kannst du theoretisch eventuell eventuell hab ich da auch noch was rumliegen mit dem das geht sagst du mal Bescheid ähm äh natürlich alles nicht offiziell klar ähm ne also Daten daran liegt es glaube ich nicht aber also ich sehe das schon also es ist kein Grund um Erneuerbare nicht auszubauen aber ich finde halt wir müssen die Netze besser ausbauen wir müssen halt die Regelungen äh für Speichertechnologien verbessern und da einfach reingehen und da halt einfach gucken ähm dass wir da einfach ein viel ähm viel stabileres Netz hinbekommen wir haben ein stabiles Netz aber das muss noch stabiler werden insbesondere wenn dann so Sachen wie äh Hitzeperioden und Co. dazukommen also wir sind einfach auch in der Phase dass wir anfangen müssen uns auf den Klimawandel vorzubereiten und wenn halt in Deutschland auf einmal alle Klimageräte anspringen dann haben wir einfach auch einen höheren Stromverbrauch ja und wenn dann die Wasserkraft noch wegbricht oder was weil die Flüsse nicht so viel Wasser haben also da müssen wir einfach gucken dass wir uns da besser aufstellen und ähm ich sehe einfach nicht dass Gas äh da the way to go ist ähm das kannst du vielleicht einsetzen als Transit Technology aber die Frage ist halt die warum sollte ich eine Transit Technology verwenden wenn ich eine gute Alternative habe ja mit PV und Wind und das ist ja auch die Frage wo ich jetzt gerade arbeitstechnisch mit zu tun habe also ich komme aus dem nachhaltigen Finanzbereich ähm wer das von mir nicht wusste äh da haben wir das Problem dass halt gerade die EU-Taxonomie durchläuft wo es halt darum geht welche Technologien werden als nachhaltig angesehen und da debattieren wir ernsthaft darüber ob wir Atom und Gas als nachhaltig ansehen wo ich mich halt so frage auf welchem Mond lebt ihr denn also ne also per se sie sind per Definition von Nachhaltigkeit nicht nachhaltig ja man kann ja drüber reden dass man sagt die sind noch mal ein bisschen besser oder weniger schlecht als jetzt Kohle aber äh kannst du halt nicht vergleichen mit Wasserkraft oder äh PV oder Wind ja ich meine selbst bei PV hast du genügend Probleme wenn man sich das anschaut da hast du irgendwie auch ein Menschenrechtsthema ähm weil die halt irgendwie zu großen Teilen das Polysilizium aus ähm ähm äh Regionen in China kommt wo irgendwie die Uiguren in Arbeitslagern ähm ähm unterdrückt werden also da kann man alle möglichen Sachen anführen aber sorry aber geht meiner Meinung nach nicht ja red mal trotzdem drüber ja naja und wie gesagt halt das hatte ich ja vorhin gesagt äh du holst dir halt eine Fahrtabhängigkeit ins Haus wenn du da jetzt halt eine Gaspipeline hin äh in Betrieb nimmst und die will ich halt vermeiden deswegen finde ich das nicht sinnvoll weil wenn du halt was da hast sind wir mal ganz ehrlich unsere Politik ist halt manchmal auch bequem die wollen Probleme dann lösen wenn sie da sind nur beim Klimawandel geht das halt nicht ja da hast du halt das Problem wenn der Klimawandel da ist und er ist ja jetzt schon da ja dann fangen sie mal an sich zu bewegen aber dann ist es halt einfach auch von der Steuerung her äh schon fast zu spät das heißt alles was wir jetzt halt an an ähm Treibhausgasreduktion machen können äh hilft halt um einfach die Folgen abzumildern aber wir werden die Folgen haben und die haben sie jetzt schon und das ist halt so ein Thema wo ich sag uncool aber ich will jetzt gar nicht mal so schlecht hier ähm äh raus äh droppen aus dem äh Vortrag heute ich glaub eigentlich haben wir schon überzogen oder wenn ich das richtig seh weil eigentlich soll es bis 18.45 Uhr gehen ähm ich würde vorschlagen Justin äh ich werd mich jetzt gleich nochmal in die RZ3 Welt einloggen und werd dann da nochmal in so nem äh Chat Room oder in so nem äh ähm Big Blue Button Room rumhängen such da einfach nach Bongo King wir sind im Sendezentrum wir sind im Sendezentrum genau da gibt's ein paar Räume äh kommt einfach vorbei wenn ihr mit uns noch weiter debattieren wollt dann können wir da auch nochmal eben off the record sprechen Martin ich hab hier gerade mit dem Fahrplan nachgeschaut also theoretivitätisch ist der nächste Vortrag im Sendezentrum ab 20 Uhr also ich glaube sie reißen uns noch nicht den Kopf ab wenn wir noch ein bisschen sprechen ah super dann reden wir noch weiter uns rausschmeißen würde ich sagen äh Thomas du bist im Hintergrund da äh mach's den Rausschmeißer wenn äh wenn du Feierabend hören willst würde ich mal sagen so äh schauen wir mal weiter haben wir hier nochmal irgendwie ja wir haben nochmal äh Kommentare bekommen ähm äh und zwar einmal alle gedacht ab 19 Uhr gibt's einen neuen Talk ja irgendwie schon sind alle genau also es gab eine Frage nach historischen Daten dann müsste ich selber nochmal gucken ähm aber die kriegst du garantiert irgendwo her also bei Energy-Charts äh kriegst du auf jeden Fall auch historische Daten wie weit die zurückreichen das weiß ich nicht bezüglich Netzfrequenz hast du hier halt dann ähm glaub ich über den Tag verteilt die Daten da musst du auch mal gucken bei Netzfrequenz.info könnte es auch sein dass du irgendwo die historischen Daten beibekommst ansonsten äh können wir da auch mal schauen ob wir das nachliefern äh weil es sich jetzt so aus dem Steg greift nicht können wir auch nochmal äh Leon fragen der müsste da eigentlich was wissen ähm äh hier kann noch ja genau der kennt sich da ein bisschen besser aus ähm es gab hier auch nochmal eine Frage von Jockel und zwar zusätzlich kommt Umstellung vieler Prozesse braucht Ersatz also CO2 frei am besten äh Beispiel Kalk und Abwärme als Nebenprodukt von Kohlekraftwerken das wird mittelfristig nach Ersatz suchen ähm Wärme ist ein Riesenthema also Wärme wird sehr spannend werden ja auch Wärmepumpen enorm wichtig ähm das ist das eine klar Wärme ist ein Riesenthema Heizung und das andere Prozesse die häufig CO2 inhärent sind Stahlherstellung ist da so ein Klassiker Stahl und Zement ähm das wird spannend es gibt in Schweden glaube ich ist es jetzt oder Norwegen die erste Stahlhütte die komplett grünen Stahl herstellt äh theoretisch theoretisch die verwenden also die sagen halt immer noch sie wollen das dann mit ähm grünen H2 machen aktuell haben sie das aber noch nicht soweit ich weiß also die haben das irgendwie schon versucht die hätten es sogar schon also mein letzter Stand war dass sie die Verträge mit den Autoherstellern genau ja also sie haben die Verträge und sie wollen das alles machen und sie haben das auch schon erprobt aber soweit ich weiß äh ist auch die Umstellung auf komplett Gas äh Wasserstoff in der Stahlherstellung da ist hier auch ThyssenKrupp relativ weit vorne mit dabei und die wollen das jetzt nach und nach umstellen um eben die Qualität ihres Stahls sicherzustellen ja ähm das muss man halt schon auch sehen und da da ist halt ein Paradebeispiel dafür warum ich nicht glaube dass es sinnvoll ist ähm Wasserstoff in Autos zu verwenden oder irgendwie den in Turbinen zu verbrennen wir haben so viele chemische Prozesse die wir umstellen müssen und wegkriegen müssen von Petrotec wenn wir da es mit Wasserstoff hinkriegen können wir heilfroh sein ja und ähm dann ist halt die Frage warum sollte ich es tun warum sollte ich es tun ja bei einem LKW lasse ich ja noch mit mir reden der muss halt lange Strecken fahren und nicht tanken aber selbst da gibt es Lösungen selbst die ähm es ist so selten dass du mal mit einem Elektroauto wirklich weite Strecken fahren musst und wenn dann kannst du das Ding relativ schnell laden mit dem Schnelllader ja sehe ich einfach nicht warum da Wasserstoff den krassen Vorteil hat Bergbaufahrzeuge irgendwelche Militärfahrzeuge die irgendwo in der Wüste unterwegs sind okay okay lasse ich mit mir reden dass man da in irgendeiner Form eine andere Infrastruktur macht oder im Zweifelsfall sogar noch Diesel einsetzt aber nicht bei einem normalen Stadtauto das einmal im Jahr irgendwie an die Ostsee in den Urlaub fährt ja sehe ich nicht also bei Autos also ich meine wenn wir von Wasserstoff reden es gibt diese drei Arten Wasserstoff grauen Wasserstoff der wird einfach in der Regel über ähm Methylcracking glaube ich ist es dann oder zumindest wird der gekrackt aus Erdgas das ist ja im Endeffekt eine CH also Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindung Erdgas ähm und die verschiedenen Bestandteile und da kann man den Wasserstoff abspalten in einem ganz passablen Prozess und das ist dann der graue Wasserstoff wenn man in diesem Prozess wo dann CO2 frei wird das CO2 abfängt und dann keine Ahnung was der macht das in den Schrank stellt dann hat man blauen Wasserstoff und der grüne Wasserstoff ist der den man über Elektrolyse herstellt das heißt Wasserstoff der CO2 neutral ist weil man mit erneuerbarer Energieversorgung die Elektrolyse betrieben hat der dann diesen Wasserstoff erzeugt und das ist eigentlich das Spannende wenn ich wirklich dekarbonisieren will und wir haben so wenig von diesem grünen CO2 äh Wasserstoff das das letzte was wir mit dem machen wollen in Verbrennen um Strom zu erzeugen oder Strom zu speichern weil da haben wir viel günstigere viel bessere Methoden und dann nehme ich dieses knappe Gut Wasserstoff lieber für die Industrie die keine Alternative hat also ich kann einfach Stahl schlecht ohne dann Wasserstoff oder einen Kohlenwasserstoff herstellen ja ja und hier kam jetzt auch nochmal eine interessante Frage von Jöckel unserem Chat-Guru hier der die ganze Zeit Chat-Fragen stellt erstens mal kam eine Frage oder eine Aussage zum Thema Börsen Werner Börse Kasse machen will der investiert in fossile Rohstoffe und erneuerbare da kann ich lustigerweise direkt was dazu sagen weil das ja mein Fachgebiet ist ähm es gibt etwas das nennt sich ähm ähm äh Stranded Assets und das nennt sich äh Carbon Bubble beziehungsweise eben ähm ja es gibt da ein Forschungsprojekt an der Uni Augsburg Karima nennt sich das äh war ich auch äh indirekt mit involviert ähm da ging es darum das Risiko äh zu berechnen wenn ich eben zum Beispiel fossile äh Energie Unternehmen in meinem Portfolio habe weil die natürlich ein Stranded Assets Risiko haben Stranded Assets ganz kurze Einführung ist ich hab irgendwie ein Ölfeld ähm mit so und so vielen Milliarden Litern an potenziell förderbarem Öl oder ich hab einen großen Tagebau unter dem Hambacher Forst und hab da jetzt irgendwie halt den Hambacher Forst und äh wenn ich jetzt nicht in Deutschland bin und dann halt irgendwie eine Politik hab die da irgendwie sich an Regeln und Gesetze hält äh dann darf ich den nicht abgraben weil das halt irgendwie ein super alter Wald ist und der geschützt werden muss ja und dann äh wenn ich davon ausgehe ich darf den abbaggern und dann sagt die Politik nee darfst du nicht hab ich ja Geld verloren ja weil ich hab da vorher damit gerechnet ich hab da vielleicht Geld dafür ausgegeben ich hab das irgendwie eingeplant äh ich habe eben Stranded Assets ja also ein Schiff also ich ja ich find das schönste Beispiel das kann man sich einfach so vorstellen wie so ein gestandetes gestandetes Schiff genau man kann mit einem Schiff Geld verdienen indem man durch die Gegend fährt ja aber wenn man dann irgendwie strandet ja dann sitzt man am Ufer und dann ist das Ding wertlos weil dann musst du es erst sehtüchtig machen oder kannst es gar nicht sehtüchtig machen dann bricht es dir auseinander oder so es ist wirklich einfach wie so ein gestrandetes ja genau und hast natürlich auch nochmal hast dann auch nochmal äh das Risiko dabei dass dann halt verklagt wirst und so weiter und so fort und diese Risiken trägst du als Aktionär also ich bin ja ein Fan davon dass Menschen in Aktien investieren ne keine Empfehlung in keiner Weise aber ich bin ein Fan davon weil du dann halt einfach ähm wir sagen immer die Konzerne die sind böse und die beuten uns aus naja wenn ich Aktionär bin dann bin ich der Konzern ja also kann man dann immer noch sagen das Uncoole ist dass ich andere ausbeute aber immerhin habe ich irgendwie auch einen Hebel und sowas aber ist nochmal eine ganz andere Geschichte ähm äh dafür müsste man dann auch ähm unterstellen dass du halt Erbe und sowas nicht hast aber da kommen wir jetzt sehr sehr weit weg da will ich gar nicht drauf eingehen ähm du hast ein Risiko wenn du in nicht erneuerbare Unternehmen investierst in fossile Rohstoffe dass du eben auf einmal haftbar gemacht wird dass auf einmal das Unternehmen irgendwie pleite geht dass es eben ganz viel Abschreibung machen muss und sich der Wert davon verändert und damit dann auch der Wert deiner Aktien auf der anderen Seite hast du das bei den Erneuerbaren halt auch weil du da halt einen Boom hast und da wird ja auch immer wieder gesagt das ist eine Blase oder sowas und dann trittst du dir halt andere Risiken ein aber das würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben dass da jetzt so eine krasse Blase im erneuerbaren Sektor unterwegs ist was hier aber auch kam als Aussage ist jetzt hier alle wollen jetzt Klimatechnologien einbauen ja stimmt deswegen steigen die Lithium Preise voll und ganz richtig wir haben halt diesen äh Holy Cow Zyklus wir hatten das letzte Mal in der Lithium Episode drüber gesprochen ähm dass sie halt einfach jetzt gerade viel in Bewegung ist die letzten Jahrzehnte wurde drüber geredet oder die letzten Jahre wurde drüber geredet und so langsam kommen wir hier halt auch ins Machen ähm muss man aber auch sehen wie nachhaltig ist diese Entwicklung dass diese Preise so massiv ansteigen oder es ist ein kurzer Boom und dann stabilisiert sich das alles wieder weil ja auch die Kapazitäten ausgebaut werden ja naja also bei Lithium da empfehle ich immer gerne die Datenquelle Benchmark Minerals die sprechen seit definitiv zwei Jahren höre ich denen zu und darüber das genau übrigens zusammenpassen mit ihrem Prophezei und man jetzt so anfängt zu sehen dass es ein Mismatch gibt zwischen Angebot und Nachfrage und dieses Mismatch wird immer größer also das heißt dass die Lithium Minen und Sohlen die abgebohrt werden die Brines dass die Kapazität mit der die fördern können nicht so schnell wächst wie die Nachfrage wächst jetzt auch wo immer mehr Elektroautos gebaut werden wollen konkret und da sieht man diese das geht weit auseinander und wir sehen noch nicht dass quasi diese Nachfrage schnell gedeckt werden könnte und es dauert ja auch einfach es ist ja kein kein Fingerschnipp sondern kann ich Lithium fördern sondern es dauert eigentlich in der Regel sieben Jahre bis so eine Lithium-Mine mal in Betrieb ist das heißt das was wir jetzt dann online gehen sehen das wissen wir seit sechs Jahren was das ungefähr ist und das ist halt einfach zu wenig und von daher ich bin gespannt wie sich der Lithium-Preis entwickelt da der Lithium-Preis ich glaube 60 oder 70 Prozent der Kosten einer Batterie ausmachen oder die Rohstoffpreise in der Batterie machen das aus da ist nicht viel Luft also ich meine wenn der Lithium-Preis dann als maßgeblicher Preis bei einer Lithium-Ionen-Batterie um 30 Prozent oder mehr ansteigt da ist nicht so viel Luft wo der Autohersteller dann einfach sagen kann ja die Kosten schluckig wenn die Batterie eh schon das teuerste Element in dem ganzen Ding ist also das wird spannend wobei halt viele der muss man auch dazu sagen noch Hinweis viele der Autohersteller sich Fixpreise gesichert haben und dementsprechend diese Preisschwankungen nur an der Grenze wenn sie über ihre abgesicherten Menge gehen denen ausgesetzt sind ja bin ich auch mal gespannt weil ich habe immer das Gefühl die haben sich irgendwie alle Terminkontrakte gekauft und abgesichert und ich frage mich immer so hä wer hat euch die denn verkauft ja also wer garantiert euch das denn da bin ich mal sehr gespannt ob die alle die einzelnen Minen halt ja aber ich bin mal sehr gespannt ob die das wirklich so erfüllen alle muss ich echt sagen weil ich habe schon den Eindruck dass irgendwie ich mittlerweile irgendwie sechs sieben mal gehört habe dass sich jemand 25 Prozent gesichert hat ja wo ich mir dann so okay dann müssten sie die Kapazitäten schon massiv ausbauen aber das tun sie ja auch ja zum Stranded Asset Thema kam hier nochmal eine Bemerkung und zwar Stranded Asset sind aber langfristig 10 bis 50 Jahre bis 2025 oder 2027 wird Gas aber noch ordentlich nachgefragt da hast du recht nur jetzt muss man halt sehen wenn Nord Stream 2 nicht an den Start geht dann sind das effektiv Stranded Asset dann ist es genau das über das wir gerade geredet haben und das entscheidet sich in den nächsten Monaten und wenn du jetzt auch mal überlegst naja 25, 27 ja wäre gut wenn wir da Gas auch schon reduzieren aber im Endeffekt ja ist da halt die Frage es hat ja trotzdem Auswirkungen wenn du dir heute Infrastruktur hinstellst dann kalkulierst du ja nicht über fünf Jahre also zumindest nicht wenn du dir ein Gaskraftwerk hinstellst oder eine Pipeline und dementsprechend sind das schon auch Überlegungen die jetzt heute halt reinkommen und die jetzt berücksichtigt werden zunehmend und bewertet werden berücksichtigt werden sollten und gefühlt tun sich da Länder wie jetzt Indien oder so ein bisschen leichter die haben halt sehr sehr viele Kohlekraftwerksprojekte eingestellt hat so eine Zahl von 400 im Kopf weil es einfach sich nicht mehr lohnt weil es zu teuer ist und weil die halt auch gesagt haben so Leute nee warum sollten wir das tun und da muss man aber dazusehen dass Indien halt mit die nicht ambitioniertesten Klimapläne hat ich glaube 2000 irgendwas was haben sie gesagt also die sind mit die Letzten die gesagt haben dass sie auf netto null kommen wollen ja trotzdem tun sie halt viel ja ja bin mir relativ sicher weil sie halt gesagt haben naja wir sind ja gerade so am Wachsen und wenn wir das jetzt machen dann würden wir halt unser Wachstum unterbrechen also musst du mal gucken bei Glasgow gab es da eben haben die sich zum ersten Mal überhaupt committed zu sagen ja bis 2090 ich weiß es nicht keine Ahnung 75 irgendwas also relativ spät wollen sie das erst einhalten was ja auch schon ein Kampf war dass sie das überhaupt gesagt haben ja wo man auch sagen muss die machen aber also und trotzdem bauen sie keine Kohlekraftwerke und wir tun es ja das muss man schon mal auch sehen ja auf jeden Fall würde ich jetzt auch das Thema Polysilizium angesprochen dass hier die Preise hochgegangen sind ja kurzer Hinweis noch wenn ihr eine gute Quelle zu diesen Klimazielen ähm etc. haben wollt global dann könnt ihr unter carbonbrief.org ich mag es mal in den Chat euch umschauen ähm die machen sehr gutes Reporting auch über verschiedensten Ecken der Welt ähm schreiben Deep Dive Reports etc. ja das ist definitiv auch eine gute Quelle für eigentlich auch oft so hier kam jetzt auch noch Hinweis darauf dass Polysilizium das erste Mal in der letzten Dekade gestiegen ist vom Preis her ja völlig richtig hätte ich lustigerweise auch in meinem ähm in meinem Vortrag äh eingebaut ähm da muss man sich ein bisschen angucken wie funktioniert denn der Chips- und Halbleitermarkt beziehungsweise der Polysiliziummarkt ist davon ja noch mal ein bisschen losgelöst weil das ja da äh nicht Polysilizium ist das du verwendest für die Waver ähm trotzdem hast du da die gleichen grundsätzlichen äh Quellen also du hast halt äh Sand Quarzsand der da verwendet wird vor allen Dingen für die Siliziumherstellung und viel davon wird eben in China hergestellt jetzt hattest du als Hauptproduzent von Silizium dort das Problem du hattest auf der einen Seite in manchen Gebieten Dürren weswegen du weniger Wasserkraft hast und auf der anderen Seite hattest du in manchen Bereichen wieder Überschwemmungen ähm dummerweise war genau das so dass die Dürren dort waren wo du die Wasserkraft herstellst und die Überschwemmungen waren dort wo du die Silizium-Schmelzanlagen hast weswegen die dann offline waren weil die halt voll mit Wasser gelaufen sind dann hattest du dann auch einen relativ strikten Corona-Lockdown weswegen die nicht produzieren durften und dann wenn du so eine Schmelz halt in Betrieb nehmen willst hast du Vor- und Nachbereitungszeit und so weiter und so fort und ganz viele andere Probleme hast dann auch wieder Logistikprobleme weswegen dann die Waiver nicht exportiert werden konnten und so weiter und so fort jetzt hast du für die Waiver-Produktion das ist jetzt kein Polysilizium sondern eben Monosilizium das dann auch nochmal hergestellt werden muss zwei Drittel davon werden in Taiwan hergestellt ungefähr Pi mal Daumen da hat es jetzt auch wieder das Problem hohe Dürre weniger Wasserkraft dadurch dann eben auch wieder Verwicklungen auch weil du eben auch Wasser für die Herstellung von diesen Waivern brauchst deswegen das dort wieder zu Problemen geführt hat und dann hat es natürlich aktuell auch das Problem mit der Logistik wer sich an das schöne Schiff im Suezkanal erinnert das hat so ein bisschen ganz kleine Probleme ergeben in der globalen Lieferkette und da gibt es noch so ein paar andere Effekte erzähl mir mehr wenn nicht irgendwie riesige Mengen Waren durch ein einziges Nadelöhr wenn ich die Gegend schiebe und dann da einen Stopfen rein mach ja ist halt echt scheiße ne also echt uncool und das hat halt zu Problemen geführt die sind jetzt so langsam wieder ein bisschen abgebaut aber trotzdem hast du jetzt halt die Probleme die verlagern sich ja wenn du da einmal irgendwo was ins Stottern kommt dann trägt sich das ja weiter hast jetzt beispielsweise das Problem dass halt in den amerikanischen Häfen die Häfen einfach randvoll sind mit Containern deswegen kriegst jetzt teilweise keine Container mehr teilweise keine Aufleger mehr mit denen du die Container rumfahren kannst das hat aber normal Sozialprobleme also das ist einfach ein komplexes System inzwischen und in den USA gibt es nur zwei Häfen zwei das ist Port of Los Angeles und einer der ist direkt daneben und der heißt nur anders die im Endeffekt für den hauptsächlichen Warenverkehr da zuständig sind und da ist dann das Problem gewesen dass nicht genügend Waren von USA nach China gehen dementsprechend werden die Container nicht aufgefüllt und dann gibt es aber keinen Platz für die ankommenden Container und dann werden die gestapelt können aber nicht beliebig hochgestapelt werden dann gibt es keine Laster Schlepper weil die Container drauf sind und die Container können ja nicht bewegt werden weil sie blockiert sind also richtig schöner Gridlock ich ich würde ich würde aber jetzt kurz die langsam die Kurve kriegen auch nach Regieanweisung Richtung 19.15 also wir haben noch vier Minuten ungefähr und einerseits schon mal vielen Dank für den Live Input seitens des Chats vielen Dank und genau Martin du gibst mir dann bei Gelegenheit das Kommando Start sonst haben wir noch was ja nachdem jetzt ja nur ein paar Fragen beantwortet werden konnten und wir eigentlich die komplette Sendung kurzfristig über Bord geworfen haben und gesagt haben scheiß drauf wir machen das jetzt alles über Gas was ich ja auch übrigens ein sehr interessantes Thema finde schreibt uns gerne eine E-Mail schreibt uns über Wire erreicht uns über die Kanäle findet ihr alles unter ressourcen.fm wenn ihr das möchtet abonniert den Podcast hört noch mal ein bisschen rein gebt mir gerne Feedback finde das immer interessant darüber diskutieren wenn ihr gute Quellen und sowas habt ich habe im Chat so nebenher ein bisschen gesehen schickt uns das gerne zu vielen Dank auch noch mal an das Sendezentrum an alle die dort werkeln und arbeiten finde ich hervorragende Betreuung muss ich wirklich an der Stelle mal sagen hat mich sehr gut aufgehoben gefühlt insbesondere dann auch mit so kurzen und auf den letzten Drücker Sachen von wegen irgendjemand fällt aus und wir nehmen jemand anderen mit rein und alles funktioniert und so weiter dann sofort also wirklich Daumen hoch an alle die das ehrenamtlich machen an dieser Stelle und das gilt natürlich auch für alle die im rc3 umfeld insgesamt aktiv sind da wird ja auch viel gemacht schaut mal auch in der rc3 world im Sendezentrum vorbei das ist eigentlich ein ganz schnuckeliges Ambly die da sich zusammengefunden hat und ja vielen Dank an der Stelle vielen Dank auch an dich Justin dass du dir noch mal Zeit genommen hast für heute und ich denke wir werden in den nächsten Wochen irgendwann auch noch mal zu Lithium die zweite Episode aufzeichnen und ja jetzt erst mal bis gleich in der rc3 Welt genau bis gleich und immer dran denken die wichtigste ressource der menschheit ist was ich werde warten war es jetzt nicht schnell genug okay also wie gesagt gerne fragen stellen ach so die t-shirt aktion ist übrigens durch ich habe das t-shirt an einen sehr sehr guten abnehmer gegeben falls noch mal einer ein t-shirt möchte dann sagt mir bescheid war jetzt nur ein bisschen länger dass die lieferung gedauert hat aber die sehen gar nicht gar nicht mal schlecht aus willst du auch eins Justin kann ich mal fragen immer ja okay dann bringe ich dir mal eins mit alles klar gut bist du jetzt bereit ja sehr gut wichtigste ressource der menschheit ist der mensch der Geist macht's gut bis zum nächsten mal das ist die Frage ob der direkte uns schon raus genommen hat sind wir immer noch live okay sehr gut ist sind und das die die sind Vielen Dank.